Aktien 2.0. Der tägliche Ausblick auf Börse und Aktien. Hören und investieren mit Admirals und Analyst und Daytrader Jens Klatt aus Berlin. Hallo, es ist Freitag, der 14. April 2023 und auch heute wollen wir uns natürlich einen Blick auf die Wall Street gönnen. Nach den Veröffentlichungen der Inflationszahlen und der Erzeugerpreise. Heute am Freitag dann die Einzelhandelsumsätze im Mittelpunkt des Geschehens. Die Frage, wie wirkt sich das auf die Märkte aus, auf den S&P, aber auch auf diverse Einzeltitel. In wenigen Sekunden gibt es mehr zu den Details. Risikohinweis. Keine daher getätigten Angaben und Informationen sind als Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten zu verstehen, sondern dienen lediglich allgemeiner Information. Es wird hierbei ausdrücklich keine Anlageberatung offeriert. Jeder Handel birgt Risiken. Den ausführlichen Risikohinweis finden Sie in den Shownotes. Nun zunächst einmal die Frage, wo stehen wir übergeordnet? Nach der Veröffentlichung der Verbraucherpreise aus den USA am Mittwoch, welche im März zum 9. Mal in Folge auf nun 5% zurückgingen, den niedrigsten Stand seit Mai 2021 und unter der Erwartung der Wall Street Analysten, wo diese mit 5,2% gerechnet hatten, wurden dann am Donnerstag die Erzeugerpreise veröffentlicht. Die Erzeugerpreise in den USA, die fielen im März um 0,5% gegenüber dem Vormonat. Das ist der stärkste Rückgang seit April 2020, verglichen mit den Prognosen eines unveränderten Wertes seitens der Analysten, wobei zwei Drittel dieses Rückgangs auf einen Preisverfall bei Benzin zurückzuführen sind. Während sich US-Zinsen unverändert präsentierten und auch die Wall Street in Form des S&Ps dann beispielsweise eher verhalten reagierten, nahm Gold Kurs auf seine Allzeithoß, markierte neue Jahreshoß und das ist meiner Einschätzung nach ein klares Signal in Richtung einer geldpolitisch expansiver agierenden US-Notenbank FED in der zweiten Jahreshälfte seitens des Marktes, was tendenziell tatsächlich ja eher positiv für Aktien zu werten wäre. Vorausgesetzt natürlich, die US-Wirtschaft präsentiert sich weiter robust. Das bleibt allerdings wiederum abzuwarten, abhängig nämlich davon, wie sich am heutigen Tag dann die zu veröffentlichenden US-Einzelhandelsumsätze hier in diesem Zusammenhang präsentieren. In Summe bleibe ich aber summa summarum also positiv für US-Aktien und tendiere zeitnah zu neuen Jahreshochs im S&P 500. Unser Fokus soll im Einzeltitelbereich heute aber zunächst einmal auf Fluglinien liegen und beginnen wollen wir hier mit American Airlines. Das ist offensichtlich eine US-amerikanische Fluggesellschaft. Also, einen Tag vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen von Delta Airlines, auf die wir gleich noch genauer schauen wollen, hat American Airlines bereits am Mittwoch einen Ausblick auf die kommende Woche Donnerstag zu veröffentlichten Quartalszahlen gegeben und dieser Ausblick enttäuschte. Auf bereinigter Basis prognostizierte American Airlines ein Gewinn pro Aktie zwischen einem bis fünf Cent. Das ist ziemlich im Bereich der vorher seitens des Unternehmens gegebenen Prognose, aber unter der Erwartung der Wall Street, die mit sechs Cent pro Aktie gerechnet hatte. Die höhere Erwartung hier seitens der Wall Street, die liegt vermutlich im Umstand begründet, dass Mitte März JetBlue eine Anhebung seiner Prognose bereits angekündigt hatte. Wir hatten hier im Podcast ja bereits vor einigen Monaten ein wenig zur Vorsicht gemahnt. Die höheren Flugpreise bei steigendem weltweiten Reiseverkehr, die haben Airlines grundsätzlich bis dato eher geholfen. Gestiegene Treibstoff- und Arbeitskosten hier konnten dadurch ausgeglichen werden, aber Rezessionsängste, Inflation und steigende Kosten generell machen sich nun scheinbar bemerkbar. Die Luftfahrtindustrie konnte breitere wirtschaftliche Abschwächungen bis jetzt in den USA ganz gut meistern, auch sicherlich dank der knappen Kapazitäten der Fluggesellschaften aufgrund des Mangels an Flugzeugen und Ersatzteilen. American Airlines erwartet, dass der Gesamtumsatz pro verfügbarer Sitzmeile, ein Indikator für die Preissetzungsmacht, im ersten Quartal um etwa 25,5% gegenüber dem Vorjahr steigen wird. Aber zur Erinnerung, American Airlines sichert sich nicht am Rohstoffmarkt gegen zum Beispiel steigende Benzinpreise ab. Und auch wenn die Fluggesellschaft leicht ihre Treibstoffpreisprognose von 3,33 bis 3,38 pro Gallone auf jetzt 3,27 bis 3,32 US-Dollar pro Gallone für das erste Quartal senkte, so liegt dieser Preis dennoch deutlich über jenem für das erste Quartal des vergangenen Jahres, wo American Airlines 2,80 pro Gallone gezahlt hatte. Die Aktie, die verlor am Mittwoch mehr als 9%, handelt damit wieder im Bereich der Notierungen zu Jahresbeginn und steht potenziell vor der Markierung neuer Jahrestiefs, ist für Investments also hier im Bereich Fluglinien derzeit meiner Einschätzung nach keine Option. Also das war American Airlines, Börsenkürzel AAL. Dann wollen wir einen Blick auf den Konkurrenten, Delta Airlines werfen. Delta Airlines, im Markenauftritt kurz Delta genannt, ist auch eine US-amerikanische Fluggesellschaft, zählt zu den Major Carriers der USA und ist gemeinsam an der Anzahl der Flugzeuge die weltweit zweitgrößte Fluggesellschaft. Delta Airlines verzeichnete im ersten Quartal des Jahres einen größeren Verlust als zuvor geschätzt, prognostizierte jedoch ein Umsatzwachstum und Gewinne für das zweite Quartal, die über den Schätzungen der Analysten lagen, was auf eine starke Reisenachfrage trotz Schwäche in anderen Sektoren hindeutet. Die in Atlanta ansässige Fluggesellschaft, die erwartet, dass der Umsatz im laufenden Quartal gegenüber dem Vorjahr um 15 bis 17 Prozent steigen wird, mit bereinigten Betriebsmargen von bis zu 16 Prozent und einem bereinigten Gewinn pro Aktie zwischen 2 bis 2,25 Dollar. Erwartet wurde seitens der Wall Street für das zweite Quartal ein Umsatzwachstum von 14,7 Prozent und ein Gewinn pro Aktie von lediglich 1,66 Dollar. Delta Airlines teilte mit, es plane die Kapazität im zweiten Quartal um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu steigern, aber es gab eben auch Schatten. Für das erste Quartal lagen der bereinigte Umsatz und das bereinigte Ergebnis unter der Schätzung der Wall Street. Die Stückkosten ohne Treibstoff stiegen im Jahresvergleich um 4,7 Prozent, was teilweise auf einen rauen Wünter zurückzuführen war, wo Flüge nicht abheben konnten. Blicken wir ganz konkret auf die Zahlen für das erste Quartal. Der bereinigte Gewinn pro Aktie, der betrug 25 Cent, gegenüber 30 Cent erwartet. Beim Umsatz wies Delta 11,84 Milliarden US-Dollar gegen über erwarteten 11,99 Milliarden US-Dollar aus. Unbereinigt verzeichnete Delta für das erste Quartal einen Nettoverlust von 363 Millionen US-Dollar oder 57 Cent pro Aktie, teilweise unter Berufung auf einen neuen Vierjahres-Pilotenvertrag, der 34 Prozent Gehaltserhöhungen beinhaltet. Das ist immer noch eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahreszeitraum, als sich der Reiseverkehr erholte und das Unternehmen einen Nettoverlust von 940 Millionen US-Dollar oder 1,48 Dollar pro Aktie meldete. US-Fluggesellschaften erzielten im Allgemeinen den Großteil ihrer Einnahmen während der geschäftigen Frühjahrs- und Sommerreisesaison und Deltas Ausblick hier deutet auf eine stärkere Reisenachfrage und eine starke Preissetzungsmacht hin. Aber in Bezug auf Investments wäre ich auch bei Delta eher zurückhaltend. Ein Blick wert könnte die Aktie werden, sollten die Bullen jetzt die 40-Dollar-Marke erobern und dann auch halten können. Aber davon ist die Aktie bis jetzt jedenfalls noch ein wenig entfernt. Das war Delta Airlines' Börsenkürzel D-A-L. Und final wollen wir einen Blick werfen auf Nvidia, einer der größten Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsetzen für Personal Computer, Server und Spielkonsolen. Groß verändert hat sich die Lage in Nvidia hier nach dem ersten Quartal, das sehr, sehr stark gelaufen ist, tatsächlich nicht. Aber die Liste jener, die sich beim Versuch von einer Gegenbewegung hier nach der Kursverdopplung seit Anfang 2023 von einem Rücksetzer jetzt haben profitieren wollen in der Aktie, nun die wird wahrscheinlich immer länger und immer länger werden. Nvidia entzieht sich einer Korrekturbewegung. Und auch ich wünsche mir tatsächlich eine Korrektur. Ich spekuliere jetzt nicht darauf, aber im Bereich zwischen 220-230 Dollar würde ich aufmerksam werden, sehe dort die Aktie durchaus Chancen-Risiko-Verhältnis-Technisch interessant. Bis es aber soweit ist, wollen wir hier den Podcast dazu nutzen, die fundamentalen Entwicklungen im Chip-Segment zu thematisieren und ganz besonders, wie sich hier ein Leader wie Nvidia positioniert. So gab Nvidia am Mittwoch bekannt, dass es einen seiner Mittelklasse-Chips für Gamer mit mehr Funktionen für künstliche Intelligenz zur Verbesserung der Grafik verbaut bzw. verpackt hat, was die Bedeutung des Bereichs Gaming für das Unternehmen trotz des rückläufigen Umsatzes des Segments unterstreicht. Der neue RTX 4070-Chip, den Nvidia ab Donnerstag ausliefern wird, der kostet 599 US-Dollar und der liegt damit in der Mitte der Palette der Grafikprozessoren, also der sogenannten GPUs des Unternehmens, die für bis zu 1600 Dollar gelistet sind. Der RTX 4070, das ist ein Upgrade des RTX 3060, der laut Umfragen der Spiele-Vertriebsplattform Steam im März der viertbeliebteste Gaming-Chip auf dem Markt war. Während die Rechenzentrums-Chips von Nvidia zum Trainieren von Systemen für künstliche Intelligenz, wie zum Beispiel ChatGPT, das Umsatzwachstum des Unternehmens in den letzten Jahren vorangetrieben haben, erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2023 immer noch etwa ein Drittel seiner Einnahmen in Höhe von 26,9 Milliarden US-Dollar mit Chips im Segment Gaming und das trotz rückläufiger Einnahmen um hier 27%. Die Chips von Nvidia helfen PC-Videospielen dabei, Bilder schneller auf hochauflösenden Bildschirmen darzustellen, damit Spiele dann realistischer aussehen. Die 4070-Chips jetzt, die werden die günstigsten sein, die dafür die neueste KI-Technologie von Nvidia verwenden. Und anstatt den genauen Wert jedes Pixels hier auf einem Bildschirm zu berechnen, was zusätzliche Zeit in Anspruch nehmen würde, verwenden die neuesten Nvidia Gaming-Chips künstliche Intelligenz, um vorherzusagen, was etwa 7 von 8 Pixel dann sein sollten, einschließlich der Generierung ganzer Frames mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. In diesem Zusammenhang, ein Spiel ist nicht wie ein Film, in dem alles vorab aufgezeichnet wurde. Es ist dynamisch, es bewegt sich und es gibt Benutzereingaben. Ich kann nicht einfach ein Bild in die Mitte zwischen zwei Bildern setzen. Ich muss die Bewegung zwischen den beiden Bildern wirklich verstehen. Das zumindest sagte Justin Walker, der Senior Director von Nvidia's GeForce Produktion, in einem jüngst veröffentlichten Interview. Diese Entwicklungen, die zeigen auf jeden Fall aber eins, und das ist das, was uns als Investoren interessiert. Nvidia bleibt ein Leader im Bereich Halbleiter und profitiert enorm von den derzeitigen Entwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz. Die Aktie ist zumindest auf meiner Watchlist ganz weit oben. Noch keine Position, aber wie gesagt, ein schärferer Rücksetzer, bisschen gefüllt um 220, 230 Dollar, dann würde ich auf jeden Fall aufmerksam werden. Das war also Nvidia, Börsenkürzel, NVDA. Und das war der Admirals Aktien Podcast 2.0 heute, am Freitag, den 14. April 2023. Denken Sie daran, die Republik kann traden und sie kann traden und investieren 2.0 mit Admirals. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch in der kommenden Woche hier wieder reinhören. Verbleibe bis dahin mit einem Happy Trading. Passen Sie auf Ihre Stops auf, haben Sie sich wohl, machen Sie es gut. Bis dann und tschüss. Das war Aktien 2.0 mit Jens Klatt. Wir freuen uns, Sie auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Neu an jedem Börsentag am frühen Nachmittag.